Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von BoostGetKatalog.org. Ich bin David und in diesem Video erkläre ich euch, wann ihr euer Kennzeichen ummelden müsst und wie ihr euer Wunschkennzeichen reservieren könnt. Falls ihr schon ein Wunschkennzeichen habt, verratet uns doch in den Kommentaren, ob euer Kennzeichen eine besondere Bedeutung hat oder ist es euch egal, was auf dem Nummernschild steht. Wann müsst ihr euer Kfz-Kennzeichen ummelden? Ihr könnt euer Kennzeichen jederzeit und so oft ihr wollt ändern lassen. Gibt es aber Situationen, in denen ihr es ändern lassen müsst? Wenn ihr zum Beispiel in einen neuen Zulassungsbezirk zieht, müsst ihr euer Auto zwar ummelden, aber euer Kennzeichen dürft ihr behalten. Bei der Ummeldung wird dann lediglich eure neue Adresse in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Vor 2015 war das anders. Damals musste man bei einem Umzug auch noch ein neues Kennzeichen beantragen. Heute könnt ihr aber zum Beispiel in Hamburg wohnen und mit einem Berliner Kennzeichen herumfahren. Das ist rechtlich völlig in Ordnung. Auch wenn sich der Halter des Fahrzeugs ändert, müsst ihr nicht zwangsläufig das Kennzeichen wechseln. Wenn ihr zum Beispiel einen Gebrauchtwagen kauft, dürft ihr das alte Kennzeichen selbst dann übernehmen, wenn der Vorbesitzer in einem anderen Zulassungsbezirk wohnt. Auch dies war nicht immer so. Inzwischen ist die Kennzeichenmitnahme bei einem Halterwechsel aber kein Problem mehr. Wohnt ihr beispielsweise in München und das Auto hat vom Vorbesitzer noch ein Stuttgarter Kennzeichen, dürft ihr dieses behalten und müsst nicht zwangsläufig ein neues Kennzeichen beantragen. Es lässt sich also festhalten, dass ihr weder bei einem Umzug noch bei einem Halterwechsel dazu verpflichtet seid, das Kennzeichen zu wechseln. Ihr könnt das aber natürlich freiwillig tun. Wie könnt ihr euer Wunschkennzeichen beantragen? So ein Kennzeichenwechsel ist eine gute Gelegenheit, sich endlich das Nummernschild zuzulegen, das man schon immer wollte. Mal angenommen, ihr wollt die Anfangsbuchstaben der Namen eurer Kinder oder das Geburtsdatum eures Hundes auf eurem Nummernschild verewigen, könnt ihr bei der Zulassungsstelle so ein Wunschkennzeichen reservieren. Oft geht das sogar online. Schaut dazu einfach mal auf dem Serviceportal eurer Stadt vorbei, ob es da ein Wunschkennzeichengenerator gibt. Wenn euer gewünschtes Kennzeichen noch nicht vergeben ist, könnt ihr es auf diese Weise reservieren. Ihr müsst dabei aber genau auf die Reservierungsdauer achten, denn die kann sich von Ort zu Ort unterscheiden. In manchen Städten könnt ihr das Wunschkennzeichen zum Beispiel nämlich nur für maximal eine Woche reservieren. In anderen Städten geht das wiederum für ein halbes Jahr oder sogar noch länger. Bei eurem Wunschkennzeichen solltet ihr auch beachten, dass bestimmte Buchstaben und Zahlenkombinationen in Deutschland verboten sind. Vor allem, wenn sie nationalsozialistische Symbolkraft besitzen. Das sind zum Beispiel Kombinationen wie SS, KZ, AH und HH. Das darf in eurem Kennzeichen nicht auftauchen. Wie steht es mit euch? Gehört ihr zu den Menschen, die unbedingt ein Wunschkennzeichen haben möchten? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge von BoostGetKatalog.org